Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute betrachten wir uns das Grundregelwerk zu Rathenglory für Warhammer 40k und das ganze ist herausgegeben von Ullissers Spiele. Viel Spaß! Rathenglory startet mit ein paar Vorgeschichten, die uns in Stimmung bringen sollen. Das Blut des Schwurs, so wird es hier genannt, es geht dann um verschiedene Archetypen, die dann hier vorgestellt werden. Das kann man natürlich auch überspringen, die sind alle sehr kurz, ihr könnt es dann hier sehen, die Prinzessin hat dann ja ganz grob eine Seite hier bekommen. Ich würde empfehlen, dass ihr, wenn ihr Warhammer 40k nicht kennt, diese Sachen zum Schluss lest und nicht zum Start. Weil wenn ihr überhaupt noch keine Ahnung habt, dann solltet ihr euch erst einmal ganz grob diese Fluff-Elemente durchlesen, also wie ist dieses Universum aufgebaut und was für Archetypen gibt es. Das folgt dann in dem nächsten Kapitel. Das solltet ihr euch als erstes anlesen und wenn ihr das getan habt, dann die Charakterschaffung und so weiter, dann solltet ihr, nachdem ihr das Buch komplett einmal durchgelesen habt, wieder komplett nach vorne springen und mit diesem Kapitel dann das ganze Buch abschließen. Nur wenn ihr eben das ganze nicht kennt, wenn ihr Warhammer 40k sowieso schon wisst, was das ganze ist, dann könnt ihr das auch so durchlesen oder ihr überspringt es auch ganz. Ja, nach diesen kleinen Kurzgeschichten bekommen wir ein Vorwort und da steht dann auch drin, was ist ein Rollenspiel, was ist ein Pen & Paper Rollenspiel, was brauche ich dafür, wie läuft das ungefähr ab. Also wer überhaupt keine Ahnung hat, was das ist, der bekommt hier in diesem Grundregelwerk noch einmal eine Erklärung. Wie ich finde, gehört das in jedes Grundregelwerk rein, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder auf alle Fälle schon 5 Rollenspiele gespielt hat und schon drölft sich mal Spielleiter war. Deswegen, das gehört da auf alle Fälle rein, gerade dann für Neulinge, die dann eben wissen wollen, wie man das spielt, was man dafür braucht. Was ich jetzt hier ganz interessant finde, auf der rechten Seite, wir schreiben das 41. Jahrtausend und das ist ein Fehler, der sich tatsächlich durch das gesamte Buchen durchzieht. Denn es geht um den 13. Kreuzzug, wie genau das dann nachher aussieht, das werde ich dann später in dieser Rezension besprechen, beziehungsweise in einem extra Video zum neuen Fluff. Wenn ihr das haben wollt, wenn euch das interessiert, was ich davon halte, ich werde aber in dieser Rezension nicht wirklich darauf eingehen, aber es ist das 42. Jahrtausend und nicht das 41. Jahrtausend und das ist tatsächlich wichtig. Das mag sich jetzt sehr trivial anhören, aber wer sich ein bisschen mit der Chronik auskennt, der weiß, dass zum Ende des 41. Jahrtausends die Welt, so wie wir sie kennen, untergegangen ist. Dazu dann eben gleich ein bisschen mehr. Und dass wir jetzt eben nicht mehr im 41. sondern im 42. Jahrtausend uns befinden. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir das Ganze immer noch Warhammer 40k betiteln können, aber es ist trotzdem das 42. Jahrtausend. Ich habe hier das Gefühl, dass jemand da Copy-Paste benutzt hat, beziehungsweise dann aus alten Büchern dann sehr viel übernommen hat. Ich kann das jetzt natürlich nicht beweisen, ich war nicht beim Schreiben des Buches dabei, aber irgendjemand, der das dann verfasst hat, das ist ja eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, der hat sich da nicht wirklich Gedanken gemacht und das finde ich schade. Ja, das nächste Kapitel, das dunkle Imperium. Und zwar wollen wir uns dann hier noch einmal den gesamten Fluff angucken. Was ist Warhammer 40k? Hier hat man sich leider viel zu wenig Zeit genommen, beziehungsweise Seiten. Es sind 25 Stück, 25 Seiten, um das Imperium zu erklären, beziehungsweise es ist ja nicht nur das Imperium der Menschheit, sondern es geht auch um Elder und Orcs, die dann hier in diesem Buch vorgestellt werden und auch die werden auf diesen 25 Seiten beschrieben. Das ist in meinen Augen viel zu wenig, aber an dieser Stelle kommt dann strukturell im Kapitel 1 der Fluff. Wie haben die Menschen damals die Milchstraße erobert? Das ging natürlich mit dem Imperator, es ging mit den Space Marines, dem Adeptus Astartes. Das Ganze gibt eine Verwaltungsstruktur und das wird hier eben alles erklärt. Es geht dann so ein bisschen auch um die Primarchen, also die ersten 20 Marines, die dann ihre Gensaat gespendet haben für weitere Kriegsbrüder. Wie es dann eben zu einem Verrat von 10 anderen ging, Horos Heresi, auch das wird hier erklärt. Und inwiefern dann das Imperium gestürzt wurde, weil der Imperator an den goldenen Thronern geschlossen wurde und das Chaos seitdem regiert. All das wird hier erklärt und wie gesagt, es geht dann auch um die Orcs und um die Elder. Wir bekommen natürlich auch noch ein bisschen was über die dunklen Götter mit, also über Zinsch, Nurgle, Slanish und Khorne. Auch die Brüder, die dann verraten worden sind, all das wird dann hier noch thematisiert. Und dann geht es auch, nachdem das alles grundlegend erklärt worden ist, das ist so ein bisschen die letzten 30 Jahre Warhammer 40k, auch das wurde hier alles zusammengefasst. Dann geht es um den neuen Plot und zwar den von Wrath and Glory. Da ist dann nämlich die Dimension aufgerissen. Es gibt ein großes Chaosauge, ein Wirbel des Stroms und der ist jetzt kaputt gegangen, weil der 13. Kreuzzug ausgebrochen ist. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Von hier aus sind jetzt nach 10.000 Jahren Schlaf die Chaos Space Marines bzw. die Dämonen wieder ausgebrochen und haben dann viele verschiedene Planeten kaputt gemacht und auch die Galaxis eben durch diesen Warp-Riss abgeschnitten. Es gibt einen großen, langen Riss, der läuft da durch, da kommt man sehr, sehr schwer nur durch und dementsprechend teilt man jetzt diese Galaxie auf in ein dunkles und ein helles Universum bzw. das, was terra-nah ist, was also noch in Anführungsstrichen zivilisiert ist und das, was eben hinter diesem Riss liegt. Hinter diesem Riss ist das Leben alles ein bisschen komplizierter und wenn man dann überleben möchte, dann müssen sich die Menschen, dann muss sich das Imperium auch unter anderem mit den Eldari zusammentun, also mit den Space Elfen oder auch mit den Space Orcs. Das wird hier angeboten, es geht ja natürlich auch so darum, das wurde ja ganz groß dann im Marketing versprochen, man darf jetzt endlich Eldar spielen und man darf endlich Orcs spielen, das war im Vorfeld nicht möglich. Und man darf sie eben auch an der Seite von Magian spielen, also das wird potenziell ermöglicht und um das eben zu ermöglichen, um dann seine eigenen Armeen auch aufzustellen, dieses ganze Universum, dieser ganze Fluff stammt ja nicht von Ulysses, sondern das ist ja eine Games Workshop Ankündigung gewesen, also die müssen sich dann die Lizenzen halten und dementsprechend konnten sie auf den Plot keinen Einfluss nehmen, aber dieser wird hier eben auch nochmal erklärt. Ja, hier kann man nochmal sich eine große Karte angucken und die finde ich tatsächlich ziemlich hübsch, das Imperius Dominatus, also das von Menschen beherrschte Imperium. Wir haben dann in der Mitte Segmentum Sola mit Terra und dem Mars, also das ist unser Sonnensystem und da könnt ihr euch dann auch die Kikatrix Maledictum angucken, das ist der neue Riss. Der beginnt nicht bei dem großen Strudel rechts auf der Seite, sondern eben auf der linken Seite beim Auge des Schreckens, da wo Kadia liegt. Von dort aus breitet sich dieser Riss aus und er zieht sich dann von links nach rechts rüber in den anderen Wirbelsturm. Genau. Und ja, alles was dahinter liegt, ist dann eben dieser dunkle Sektor, der dann eben hier noch erklärt wird auf den restlichen verbleibenden 25 Seiten und danach gehen wir eben in die Regeln. Ja, die Regeln. Ich möchte in einer Rezension nicht die Regeln haarklein erklären, aber ich werde in diesem Fall ganz kurz mal anteasern, wie das Ganze denn funktioniert. Es ist jetzt mittlerweile kein BRP-System mehr, es ist kein Basic Roleplay System mehr mit einem W100, sondern es wird angepasst an die Lizenzen, die Tabletop-Lizenzen von Games Workshop. Da würfelt man mit W6 hin und zwar mit einem Würfelpool, der ist unterschiedlich groß und damit man dann eben mit diesen Miniaturen auch Rollen spielen kann oder eben andersrum, dass man, wenn man Pen & Paper spielt, auch Tabletoppen kann und seine Figuren anmalt. Das ist so ein bisschen das Ziel und ich finde, das ist ein interessantes Ziel. Ich glaube, es wird sehr viele coole Szenen erzeugen, wenn man sich dann auf das Ganze einlässt, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das funktioniert, dass das cool wird, wenn man dann eben ein sehr kampflastiges, heldenlastiges Spiel spielt und dann eben vor sich nicht nur eine Karte hat, sondern eben auch richtiges Tabletop-Gelände. Und ich kann mir das unglaublich gut vorstellen, da hatte ich richtig Bock zu. Muss ich mal ausprobieren. Aber, und das ist ein Problem, was ich jetzt habe, dadurch, dass es so heldenhaft ist, fühlt es sich nicht mehr nach Warhammer 40k an. Da mögt ihr mir jetzt gerne widersprechen, aber die Erfolgswahrscheinlichkeiten mit den W6en und auch mit den Schicksalspunkten, mit den Zornwürfeln, all die Möglichkeiten, die mir hier gegeben worden sind, ja, das sind dann einfach verschiedenfarbige W6er, also die einen sind rot und die anderen sind weiß, kann man sich natürlich auch noch eigene W6er zukaufen, die dann total teuer sind. Das geht alles, aber durch die Möglichkeiten der Erfolge, also das, was ich eben erzählen muss bei den Würfen, habe ich sehr schnell hohe Erfolge und kann dadurch dann eben sehr, sehr schnell Gegner wegbrutzeln. Das fühlt sich nicht mehr nach Warhammer 40k an, weil früher, gerade zu den Schattenjägern oder auch zu den Rooktradern, also diesen Piraten, das war alles sehr gefährlich, das war sehr düster. Und jeder einzelne Gegner, jeder einzelne Kultist kann deinen Tod bedeuten, gerade eben auf den früheren Leveln, aber auch hier schon mit Level 0, mit Level 1 kann es tatsächlich passieren, dass man sich dann auch durch Gegnerhorden durchschnitzelt. Das ist ein sehr heldenhafter System, es fühlt sich nicht nach Warhammer 40k an, aber auch das ist dann wieder was, was ich nicht in einer Rezension besprechen will, sondern eben in einem weiteren Video. Was ich da ein bisschen schwierig finde, es wird dann der Kernmechanismus erklärt, wir haben eine 1, das ist ein Misserfolg und wir haben dann eine 4, 5 oder 6, das sind dann die Erfolge und eine 6 ist tatsächlich ein doppelter Erfolg, man spricht dann hier von Ikonen, so werden generell Tests angelegt und dem Spielleiter wird dann auch noch einen Schwierigkeitsgrad hier gegeben, den könnt ihr dann auf der Tabelle auf der rechten Seite erkennen, da wird dann von durchschnittlicher Schwierigkeit gesprochen und wie schwer sollte eine Probe sein für einen Charakter, der auf Level 1, 2 oder 3 ist. An sich ist das cool, aber dann sollte man auch bitte in den Beispielen richtig rechnen. Pausiert gerne mal das Video an dieser Stelle und lest euch dieses Beispiel durch, was hier auf der rechten Seite gegeben ist, denn man sollte, wenn man die Regeln erklärt, wenigstens hier richtig zusammenrechnen können und das ist hier nicht geschehen, tut mir leid. Ja, es wird dann im weiteren Verlauf auch noch davon gesprochen, wie man seine Zornwürfel benutzen kann, das ist dann der rote Würfel, wann der eine Bedeutung hat, oder wenn ich eine 1 oder eine 6 würfel, wie ich mir Erfolge kaufen kann, mit Ruhmpunkten, die ich dann generieren kann, das sind so modulare Schicksalspunkte, so kann man es mal ausdrücken. Also es wird dann noch ein bisschen was dann zu Angriffen erklärt, wann erfolgt ein Angriff, beziehungsweise wie kann ich den dann auswürfeln. Also all das, was man dann hier braucht zu den grundlegenden Regeln, wird dann hier auf den nächsten Seiten erklärt. Wie würfelt man Angriffe, wie kann man irgendwie verteidigen oder parieren, geht das überhaupt, gegen welche Angriffe funktioniert das, wie kann ich umwandeln. Was bedeutet dieser rote Würfel, das ist ja dieser Zornwürfel, wann hat der eine Relevanz, ist das eine 1, ist das eine 6 oder ist das irgendwas anderes. Wie kann ich meine Ikonen noch weiter benutzen, wie kann ich mir Erfolge kaufen mit Ruhmpunkten, auch wenn ich es nicht geschafft habe oder eigentlich nicht geschafft habe, also auch das wird hier alles erklärt. Die Regeln funktionieren, das ist ein Poolsystem, ich persönlich bin kein Freund von Poolsystemen, weil viele Würfel dann mit ihren Bedeutungen nicht mehr relevant werden, sprich wenn ich eine oder zwei oder eine drei Würfel, dann ist dieser Würfelpool einfach nicht relevant. Ich finde es sehr viel besser, wenn man einen großen Würfelpool hat und dann alles aufsummieren muss, ist aber auch wieder ein anderes Video zu Thema Würfelmechanismen, inwiefern was gut oder nicht gut funktioniert. Ganz kurz gesagt, die Regeln, die benutzt werden in diesem Buch, werden hier erklärt, manchmal sind die Beispiele auch richtig, wie gesagt, auf der vorherigen Seite waren sie eben nicht richtig erklärt, aber okay, seien das einfach mal dahingestellt. Die Regeln werden hier erklärt und sie funktionieren und wer das gerne spielen möchte, der kann das gerne tun. Auch hier gibt es dann am Ende noch einmal die Bedeutung des Scheiterns. Wenn ich einen Würfelwurf verlange, was sollte passieren oder was sollte nicht passieren, das ist in meinen Augen sogar selbstverständlich für jemanden, der schon Rollenspiel spielt. Aber ich hatte ja schon gesagt, auch dieses Rollenspiel muss für jemanden funktionieren, der jetzt beispielsweise aus dem Tabletop kommt und noch keine Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert, der jetzt eben hier rüber geschwappt ist. Oder eben jemand, der dieses Buch einfach irgendwo beim Buchhändler gesehen hat und gesagt hat, das nehme ich mal mit. Also auch hier muss nochmal erklärt werden, was passiert, wenn eine Probe nicht gelungen ist. Finde ich an sich ganz nett, aber ich brauche es dann persönlich nicht, ich habe das dann auch übersprungen. Aber es ist nochmal ganz nett, dass sie hier dann eben diese ganze Seite dafür dann in Anführungsstrichen geopfert haben, um das nochmal zu erklären. Danke. Wir kommen jetzt zu der Charakterschaffung und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch einmal dieses Bild hier anseht. Was ein sehr eigener Stil ist, das wirkt irgendwie griffig, das ist Warhammer-esque, würde ich mal sagen. Und jetzt gehen wir auf die nächste Seite und gucken uns dieses schöne Bild an. Und das ist in meinen Augen zu Comic-artig. Das ist ein ganz anderer Stil, das passt hier so nicht rein, auch wenn das ein Eldari-Bild ist, aber darum soll es jetzt gerade nicht gehen. Ich finde, es gibt hier sehr viele Bilder drin, sehr viele bunte Bilder, die irgendwo alle gut sind, aber sie sind in einem sehr unterschiedlichen Stil gehalten. Was ich dann komisch finde. Es gibt auch ein paar alte Bilder aus alten Editionen, also aus Schattenjäger und aus Deathwatch und so weiter. Da werden dann einige Bilder wieder übernommen. Finde ich auch gar nicht schlimm, dass man die dann wieder recycelt, weil es ist ja immer noch Warhammer und da könnt ihr auch gerne dann die gleichen Bilder wieder benutzen. Aber dieses Bild und auch ein paar andere, die dann hier drin sind, die gehören da irgendwie nicht rein, sondern dann eher in sowas wie ein Warhammer 40k-Comic. Das ist einfach ein anderer Stil. Ja, Charakterschaffung. Es geht dann darum, wie kann man sich seinen Charakter bauen. Ich hatte bisher ja 25 Seiten Hintergrundgeschichte und damit kann ich jetzt mir zusammenreimen, wie die Menschen drauf sind und wie die Eldari und die Orks drauf sind. Das geht so ganz grundlegend. Jetzt muss ich aber natürlich, damit ich einen Charakter erschaffen kann, auch wissen, was kann ich denn für Berufe wählen. Und das wird dann hier eben leider viel zu wenig erklärt. Aber es geht und ich will darauf jetzt im Folgenden eingehen. Wir gucken uns hier gerade mal die möglichen Archetypen an für die Machtstufen, beziehungsweise für die Level. Also wenn man dann ein Level aufsteigt, dann bekommt man eine weitere Machtstufe. Man steigt dann von 1 auf 2 auf 3 auf und kann dann von einem, ich gucke gerade mal in das Astra Militarum rein. Wir haben hier einen ganz normalen imperialen Soldat. Das ist einfach ein Bürger, der wird dann von einem Planeten rekrutiert. Der bekommt ein Lasergewehr in die Hand, eine Rüstung angezogen und dann wird mit dem Finger auf den Hügel gedeutet. Dahinter ist der Feind viel Spaß. Wenn der das Ganze überlebt und dann nach vielen, vielen Missionen dann irgendwann überlebt hat, dann darf er auch aufsteigen in die Machtstufe Nummer 2 und darf dann ein Tempestus-Kommandosoldat werden. Das sind dann elitäre, bestens ausgebildete Soldaten. Das steht dann hier auch drin. Die bekommen Spezialmissionen und ein neues Gewehr. Das ist dann von einer Machtstufe sehr viel höher und wenn man dann eine weitere Stufe aufsteigt, dann hat man vielleicht sogar das Glück zum imperialen Kommissar aufzusteigen. Das ist dann eben der Offizier, der entweder ganz hinten oder ganz vorne steht und aufpasst, dass niemand flieht. Innerhalb von diesem Balken, innerhalb des Astra Militarums mag das funktionieren. Und wenn wir uns das Ganze mal ansehen für Adeptus Astartes, auch innerhalb von Adeptus Astartes macht das irgendwie Sinn. Wir haben den Scout, dann haben wir den Tactischen Space Marine und wir haben den Primaris Intercessor. Ich würde den sogar ansetzen, ein bisschen über der Nummer 3. Also ich weiß nicht, wenn man vom Tactischen Space Marine dann zum Primaris aufsteigt. Die Primaris ist einfach eine neue Rasse, beziehungsweise eine verbesserte Gensaat. Ich weiß nicht, ob man die dann so wirklich damit vergleichen kann, aber es steht hier drin in dieser Tabelle. Wenn wir uns mal die Agenten des Imperiums angucken, Inquisitions Akkolut, dann kann man Adept werden. Das ist auch irgendwie die gleiche Machtstufe, also entweder ein gelehrter Schreiber oder Vertreter für die Inquisition. Das war früher das Gleiche, jetzt wird das unterschieden. Ich weiß nicht, was das ist. Dann ist Nummer 2 der Machtstufe der Freihändler. Ein Freihändler ist eigentlich jemand, der ein eigenes Raumschiff hat mit zehntausenden von Männern. Der hat viele verschiedene Offiziere unter sich und der hat die gleiche Machtstufe wie ein sanktionierter Psyoniker. Also jemand, der Magie wirken kann, der die Energien aus dem Warp schöpfen kann. Also dass jemand, der ein paar Blitze aus seinen Händen schießen kann oder der gebrochene Knochen mit dem Warp wieder heilen kann, dass der die gleiche Machtstufe sein soll wie ein Freihändler, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das noch gepatcht werden soll oder kann. Aber wie gesagt, ein Freihändler hat halt viele, viele tausend Menschen unter sich. Und ein Kilometer langes Raumschiff, der dann alleine unabhängig durch den Warp reisen kann. Ich glaube, da muss noch mal eine Erata her. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so sein soll. Dann haben wir bei dem Abschaum die Gänger. Das sind so die ganz normalen Gangs, die in der Makropolstadt rumlaufen mit einer Milliarde Menschen oder so. Und die ernähren sich dann irgendwie von Ratten am Spieß und von Maschinenöl, was sie sich in ihren Kaffee pressen. Das sind so unter anderem die Gänger. Die haben eine Machtstufe 1 und die werden dann, wenn sie aufsteigen, dürfen sie halt Scaffi werden. Ja, was sind denn Scaffis? Das sind Mutanten. Also es gibt dann eine Tabelle mit Sachen, die man auswürfeln könnte. Aber, naja, eigentlich sind das Zombies. Also wenn du willst, das sind so irgendwie Menschen, die von Industrieabfällen gelebt haben. Die haben dann einfach ein bisschen zu viel neben einem Atomkraftwerk genächtigt. Und dementsprechend haben die eine graue Haut und irgendwie abgeplatzte, weiß ich nicht, Geschwüre oder sowas. Ich weiß nicht, inwiefern jemand, der Scaffi ist, sich in so einen Plot eingliedern lässt. Das ist in meinen Augen eine Mutation. Das ist schon irgendwie ziemlich ketzerisch und heretisch. Das ist dann eher was für eine Chaos-Truppe. Also für Kultisten. Das gibt es dann auf der nächsten Seite. Die Renegaten, Kultisten, Abtrünnige, Psioniker, Chaos, Space Marines. Auch da hast du dann den Kultist, der einfach nur ein Verschwörer ist. Das ist jemand, der hat ein Problem mit dem Imperium. Dann hast du einen Abtrünnigen, den Psioniker. Das ist einfach jemand, der nicht sanktioniert worden ist. Der benutzt halt Blitze. Und wenn er dich damit tötet, dann fährst du halt in die Hölle. So nach dem Motto. Und wenn dich ein sanktionierter Psioniker tötet, bist du einfach nur so tot. Also die einen standen halt mal vor dem Imperator und die anderen halt nicht. Das sind dann einfach nur irgendwelche Hexer, die auch Dämonen oder sowas beschwören können. Und die Machtstufe Nummer 3 ist dann der Chaos Space Marine. Das ist also nicht nur irgendein Space Marine, sondern das ist einfach ein korrumpierter Supersoldat mit Kräften jenseits von Gut und Böse. Und der ist dann einfach eine Machtstufe weiter als der Hexer. Wenn wir uns jetzt nochmal den Chaos Space Marine auf Machtstufe 3 angucken, der ist auch auf der gleichen Machtstufe wie ein Imperialer Kommissar. Also jemand, der als Offizier eigene Menschen erschießen kann, kann es noch lange nicht mit einem Chaos Space Marine aufnehmen, der auf der gleichen Machtstufe agiert. Naja, weil ein Chaos Space Marine kann prinzipiell Tausende von Soldaten, kann der mit seinen Klauen dann zerschneiden. Tausende. Und dann ist es auch egal, ob da ein Imperialer Kommissar mit einer Boltwaffe steht und ihm dann irgendwie die Boltpatronen in den Leib jagt. Das ist das gleiche Powerlevel, das ist die gleiche Machtstufe. Und ich finde, diese Tabelle ist nicht sehr ausgegoren. Also da, wo die Regeln in Kapitel 2 erklärt worden sind und noch funktionieren, da klappt das für die Charaktererschaffung in meinen Augen überhaupt nicht. Ja, es geht dann auch noch darum, wie kann ich mit meinen Charakterpunkten, die ich verdient habe, mit meinen Experience Points, wie kann ich damit dann meine Attribute aufwerten, wie kann ich meine Fertigkeiten kaufen, wie kann ich meine Talente kaufen, all das wird dann hier auch alles erklärt. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich euch Tabellen zeige. Ich möchte nochmal euer Blick auf die Tabelle rechts oben mit den Attributs Limits vergleichen. Guckt euch da mal die Orcs an oder auch vielleicht die Primaris Astartes und auch die Stärke. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich könnte jetzt noch eine ganze Menge hier thematisieren. All das gehört nicht in eine Rezension. Ich habe hier schon mich ein bisschen ausgelassen. Wir springen einfach mal weiter und merken uns diese Tabelle für ein anderes Video. Es geht dann auch darum, wie kann ich von meiner Machtstufe aufsteigen, von 2 nach 3 nach 4, wie viele Charakterpunkte kostet mich das oder wie viele Experience Points kostet mich das, damit ich aufsteigen darf und inwiefern darf ich dann auch maximale Würfel-Pool-Bonus dann beantragen. All das wurde wie gesagt erklärt. Es geht dann um die Machtstufe und den Aufstieg. Auch wird eben erklärt, inwiefern sich das dann auswirkt. Verteidiger, elitärer Wächter, eltenhafter Streiter. Also wie krass sind dann Level 4 oder Level 5 Helden wirklich und inwiefern haben sie Einfluss auf das Imperium und können es dann eben verändern oder nicht. Also ist das dann, ich rette die Katze vom Baum oder ist es, die Welt wird vernichtet und ich muss die Milchstraße eben vor dem Chaosstrudel retten. Also von bis ist das eben sehr, sehr unterschiedlich und man fängt dann eben auf Machtstufe 1 an mit, ich rette die Katze vom Baum. Ja, an dieser Stelle finde ich die Struktur ein bisschen merkwürdig. Ich habe jetzt viele Tabellen gesehen. Ich habe jetzt gesehen, wie ich mir einen Charakter ungefähr bauen kann, wie ich steigern kann und jetzt darf ich mir eine Spezies aussuchen, eine Rasse, ein Mensch bzw. die Elfen oder die Orks. Hier auf der rechten Seite wieder übrigens eines der Bilder, die ich ziemlich cool finde. Das ist dann, ja, wieder ein anderer Stil, aber der gefällt mir sehr gut. Das ist eben wieder sehr warmer-esque und so muss es eben sein, so muss es aussehen. Wir haben wenig Information. Wir wissen natürlich, was ein Mensch ist, klar, aber zu den Älter und auch zu den Orks. Es werden dann auch, ja, erstmal ganz grundlegend, wie ist der Mensch aufgebaut? Sind die groß, sind die klein? Sind die immer auf Planeten aufgewachsen? Wohnen die alle auf der Erde und sind von da aus dann drüber geschickt worden? Oder haben die eine ganz andere Heimatwelt? Wie gehen die mit der Kikatrix-Malitiktum um? Also mit diesem neuen Wohammer 40k-Plot? Und welche Rollen können sie dann einnehmen? Es geht dann auch um irgendwelche Namen, die man sich dann hier auswählen kann. Das ist bei den Menschen vielleicht gar nicht so sehr wichtig. Aber gerade bei den Eldari oder bei den Orks, was haben die denn für einen Namen? Was haben die denn für eine Kultur? Das wurde im Vorlauf alles sehr stiefmütterlich behandelt. Hier wird das dann eben noch ein bisschen weiter aufgefächert. Aber ich glaube, dieses Kapitel hier, das, was hier alles erklärt wird, das sollte strukturell eher in den Fluff nach vorne kommen und nicht so sehr in die Charakterstellung. Denn hier möchte ich eigentlich eher nur eine Tabelle haben, wenn ich jetzt einen Mensch wähle, was für Attribute bekomme ich denn? Also das möchte ich dann hier haben. Und dieses ganze Fluff-Element, also ihr könnt ja hier keine einzige Tabelle auf dieser Seite sehen. Ich finde, das gehört nach vorne. Das ist strukturell an der falschen Seite. Wir können uns das Ganze dann mal auf den nächsten Seiten ansehen. Die Eldari sind dann an dieser Stelle schon durch. Da könnt ihr dann rechts noch dann die letzten Eldari-Namen und diese Spezies-Fähigkeiten sehen. Eigentlich würde mir an dieser Stelle diese Spezies-Fähigkeit schon reichen. Das sollte mir schon genügen. Den ganzen Titel davor möchte ich, wie gesagt, vorne haben. Dann geht es eben wieder weiter mit den Orks und so weiter, die dann den gleichen Aufbau haben wie bei den Menschen und dann bei den Eldari. So wird dann hier eine Spezies erklärt, das ist immer noch sehr wenig. Also ich habe das vorher schon bemängelt, dass das nur 25 Seiten waren. Hier sind es wieder dann nur 2-3 Seiten pro Spezies. Das ist mir wieder zu wenig. Ich weiß dann, klar, bei Menschen weiß ich immer, wie es ausgeht. Aber wenn ich tatsächlich mich mal reinfuchsen soll, wie denkt denn ein Eldar? Was hat denn der für Ziele? Wie sieht denn das aus mit diesen Weltenschiffen, mit denen die jetzt durch das Raumschiff segeln? Und was haben die denn für ein Problem mit dem Chaos? Das wird hier kurz angerissen, aber das reicht nicht, damit ich hier dann eine große Kampagne spielen kann. Da muss also noch ein großer Band zu rauskommen, der dann die Eldari nochmal auffächert. Ich glaube, es hätte diesem Grundregelwerk gut getan, wenn man in diesem Werk Eldari und auch Orks rauslässt und sich dann nur auf die Menschen fokussiert. Es wurde ja schon angekündigt, dass man die miteinander spielen kann. Das darf auch gerne sein, aber das darf gerne in einem zweiten oder auch in einem dritten Band passieren. Das muss nicht alles in dieses Grundregelwerk gequetscht werden, denn es fehlen ja auch noch weitere Xenos-Rassen. Also die Tau. Ich weiß nicht, wie in Tau gebaut wird. Es gibt dann sicherlich auch noch andere Xenos-Rassen, mit denen ich dann auch nur auf das Schlachtfeld treten kann. Ich weiß nicht, inwiefern man dann mit Necrons oder den Necron-Tür dann auf dem Schlachtfeld stehen kann, weil die hassen ja eigentlich auch alles Lebende. Vielleicht tun die sich dann auch gegen das Chaos zusammen. Aber ich weiß nicht, wie der Plot weitergeht. Alles, was wir wissen, ist, dass eben am Ende des 41. Jahrtausends der 13. Kreuzzug losging, die Kalkatrix riss auf. Und das ist jetzt das, wo wir stehen. Das ist jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Also, na gut, es ist schon ein Dreivierteljahr. Seit einem Dreivierteljahr ist das Ganze jetzt so passiert, wie es ist. Und wir müssen gucken, wie Games Workshop dann diesen Plot jetzt weiterführt. Und ja, das wird dann die Zeit zeigen. Ich finde, wie gesagt, an dieser Stelle ist es im Grundregelwerk zu viel vertane Liebesmühe. Also, die Elfen und die Orks hier noch einzutun, das ist sehr gut gemeint. Aber ich glaube, es schadet dem Buch eher nur meine Meinung, weil ich ja eben noch einen Ork nicht so orkisch darstellen kann. Es reicht eben für einen One-Shot, aber es reicht nicht für eine große Kampagne. Ja, dann haben wir auch noch die Space Marines. Denn ich kann natürlich als Rasse auch einen Space Marine spielen. Das ist eigentlich mal ein Mensch gewesen. Mittlerweile ist es, ja, ein Übermensch ist es einfach so. Hier werden die Implantate erklärt. Das ist zu wenig in meinen Augen. Also, dass man dann von sowas wie einem Osmodula spricht, von einem zweiten Herz oder vom Laramans Organ. Das kann gerne aufgefächert werden. Gerade im Death Watch Band, wo man ja die Implantate erklärt bekommen hat, da war das auch ein bisschen ausführlicher. Und auch der Artikel zu den Blood Angels auf der rechten Seite oder den Imperial Fists, das sind nicht mal zehn Zeilen. Und ich kann mit diesen zehn Zeilen, kann ich sicherlich nicht wirklich darstellen, wie ein Blood Angel rumläuft oder wie sich ein Dark Angel von Iron Hand unterscheidet. Hier stehen dann natürlich auch nochmal die Regeln zu drin, dass die dann ein Primarchen haben. Ja, der heißt jetzt irgendwie Sanguinius. Aber was hat Sanguinius denn gemacht? Also hier steht noch irgendwie drin, dass der bei der Verteidigung von Terra gefallen ist. Aber ob das reicht, um ein Blood Angel richtig darzustellen? Ich weiß nicht. Ich glaube, da hätte mehr Seite dann sehr gut getan. Oder eben, man verlagert auch diese Space Marines in einen eigenen Space Marines Band. Da wäre ich dann überhaupt nicht traurig, wenn man diese Seiten dann hier rausgenommen hätte und dann den Space Marines in einen eigenen Band gibt. Der kann dann ja auch sehr schnell gerne nachgereicht werden und da bezahle ich dann auch gerne gutes Geld für. Aber an dieser Stelle ist es zu wenig, um da irgendwas mit anfangen zu können. In meinen Augen. Man kann sich dann natürlich in den Weiten des Internets nochmal anlesen, aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel, dass ich dann andere Quellen heranziehe, damit ich jetzt meinen Imperial Fist spielen kann. Ja, es gibt dann im neuen Fluff auch die Primaris Astatus. Das sind dann Space Marines, die noch größer und noch besser sind und noch mehr Organe haben. Ich gehe auf die Primaris Astatus erstmal nicht ein, weil auch das ist wieder ein eigenes Video wert, Metaplot. Was man sich dabei gedacht hat, das ist natürlich auch wieder dann auf das Tabletop wieder zurückzuführen und auch Verkaufszahlen. Daher äußere ich mich nicht zu den Primaris Astatus und auch nicht zu deren Machtstufe. Ja, zusätzlich zu den Regeln bekommt dann jeder Archetyp auch noch ein Schlüsselwort. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie Aspekte bei Fate, mit denen man dann Dinge machen kann. Mein Aspekt ist beispielsweise Chaos oder mein Aspekt ist Eldari. Und mit denen bekomme ich dann, mit diesen Schlüsselwörtern bekomme ich dann in einigen Situationen einen Bonus, wenn ich ihn dann ordentlich ausgespielt habe, wenn ich ihn dann ordentlich begründet habe. Auch das ist in meinen Augen nicht wieder sehr Warhammer-esk, aber an der Stelle lasse ich das einfach mal so zu. Ja, wer mit den Schlüsselwörtern spielen will und der dann gerne da eine große Reihe sammeln will, der kann das gerne tun. Ich mag sie nicht so gerne, aber ja, sie werden hier erklärt, sie sind drin und ich wünsche euch viel Spaß damit. Diese Tabelle kennt ihr schon. Die gibt es natürlich auch schon vorne. Die habe ich schon vorne gezeigt und die geht auch auf der nächsten Seite weiter. Ich weiß nicht, warum man diese Tabelle jetzt nochmal benutzt hat, nachdem man sie vorne schon mal gebracht hat und auch auf der rechten Seite. Diese archetypengemäßen Machtstufe, auch diese Tabelle haben wir schon gesehen. Boah, weiß ich nicht, was das soll, aber sie ist schon wieder drin. Ja, nachdem dann eben der ganze Fluff wieder erklärt worden ist, nachdem dann der primaris Intercessor dann benutzt worden ist, hier mit Machtstufe 4, genauso groß wie ein Inquisitor, strukturell wieder ein Problem in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob man sich da Gedanken gemacht hat, aber ja, sie ist hier drin und ich spreche es an. Ja, jetzt wurden natürlich schon mal die Spezies besprochen, aber noch nicht die ganzen Berufe, die ich dann innerhalb dieser Spezies wählen kann. Also ich habe jetzt den Menschen irgendwie mitbekommen und ich habe den Space Marine dann aus seinem Orden, habe ich jetzt mitbekommen, aber das ist ja noch kein Beruf in dem Sinne oder keine Aufgabe. Und da gibt es dann den Ministeriumspriester. Das ist dann einfach der Pastor, sage ich mal. Der steht dann mit seinem Buch und liest irgendwelche Gebete vor, während er dann mit seinem Kettensägenschwert irgendwelche Feinde zermettelt. Wir haben dann den Kreuzfahrer, ich skippe mal ein bisschen weiter. Wir haben dann irgendwelche Assassinen, wir haben die Adepter Sororiter, also diese Kriegsnonnen, die dann mit einem Bolter rumlaufen. Wer Warmer 40k kennt, der wird das alles wiedererkennen. Also das sind ja keine neuen Berufe, diese Sororiter, den Kriegspriester, den Soldaten, das gab es ja früher alles auch schon. Und das ist hier an dieser Stelle auch ausreichend beschrieben, wie ich finde. Also das kann natürlich auch wieder alles in Größe aufgefächert werden. Aber das ist zum Beispiel so eine Zwei-Seiten-Tabelle für eine Adepter Sororiter. Die reicht mir dann auch aus, damit kann ich dann auch wirklich spielen. Dann weiß ich auch, wie ich die dann darstellen soll und kann. Unabhängig dann davon, dass sie ein Mensch ist. Aber das geht dann eben. So kann ich die dann auch darstellen. Was ich euch nochmal zeigen möchte, sind hier ein paar Bilder. Dieser Stil ist wie gesagt neu. Das ist, ehemals war das alles sehr in schwarz-weiß und derreckig und düster. Ich habe hier so einige Details, also jetzt hier auf dem Inquisitions-Adepten beziehungsweise das ist so ein Psioniker-Stab. Da finde ich eigentlich die Person an sich ziemlich gut gezeichnet. Aber wenn ich mir den Stab angucke, der Stab oben mit dem Aquila, mit diesem Adler oben drauf oder auch den Servo-Schädel, der daneben ist, der ist jetzt von der... Er wirkt einfach ein bisschen merkwürdig. Also das ist wieder das, was ich nicht so ganz greifen kann. Und ich gehe gerade mal auf die nächste Seite. Da haben wir zum Beispiel wieder einen Inquisitor. Das müsste, wenn ich jetzt richtig informiert bin, eine alte Zeichnung sein. Eine alte Zeichnung aus einem der Dark Heresy-Bände. Zumindest wenn ich jetzt richtig informiert bin, da kann ich jetzt auch mich gerne täuschen. Aber ich glaube, diese Zeichnung kenne ich so schon. Und das ist eben ein anderer Zeichenstil als auf der rechten Seite. Das ist wieder ein neuer. Das ist dann dieser Freihändler, so ein Pirat, mit seinem eigenen Raumschiff. Und ich muss sagen, dass mir die Zeichnung hier... Ja, also die Stile waren sowieso schon immer sehr unterschiedlich. Auch in den ehemaligen Büchern. Aber sie waren eben unterschiedlich dunkel, dreckig und düster. Und hier habe ich eben immer das Gefühl, dass durch diese Farbsättigung, durch die Farbgebung und durch die Konturen sieht es mal mehr und mal weniger comic-hafter aus. Und da weiß ich auch wieder nicht, ob mir dieses Bunte so gefällt. Aber ich zeige euch diese einfach nur mal an dieser Stelle, damit ihr euch selbst nochmal einen Blick machen könnt. Ja, hier haben wir dann auch nochmal einen dieser Zombies, die ich vorhin angesprochen habe. Die Mutationen an sich können immer sehr unterschiedlich aussehen. Bei den Scavi oder bei den Scavi. Aber, ja, wie gesagt, das sind eigentlich sehr mutierte Menschen und Mutanten werden im Imperium normalerweise gejagt. Auch gerade von der Inquisition. Wenn ich dann also ein großes Team aufmache und dann die Leute für ein Inquisitor spiele, die dann eben irgendwelche Verschwörungen aufhalten sollen, Verschwörungen gegen das Chaos, also dann irgendwie Ordo, Hereticus oder Maleus, dann sollte man zuallererst diese Person abschießen, die da vor mir steht und dann sich erst um alle anderen kümmern. Wie die dann trotz diesem Hintergrund integriert werden können, erschließt sich mir noch nicht ganz. Ja, wir haben dann auch noch die ganzen Klassen für die Eldari, denn die können ja kein normaler Inquisitor werden. Also Eldari als andere Spezies, als andere Rasse, die haben dann ja ganz andere Berufe und da wird dann eben auch erklärt, wer ist der Hexenjäger oder wer ist die Runenprophetin und so weiter und was haben die dann für Aufgaben. Also auch die bekommen noch mal ihre eigenen Berufe, auch wenn sie dann nicht Berufe genannt werden, aber ja, hier wird auch noch mal das für die und auch für die Orcs erklärt. Ja, weiter geht's dann mit dem Kaufen von Fertigkeiten. Wie kann ich mir die kaufen? Was sind Talente? Wie kann ich die benutzen? Sonderfertigkeiten, also all das, was dann ein Charakter braucht, jetzt abseits von den Attributen. Würfel mal auf Athletik, Würfel mal auf Schießen, also ballistische Fertigkeit oder ja, Würfel mal auf Charme, Würfel mal auf Computernutzung, also auf Tech. All das muss hier natürlich auch noch sein. Die Fertigkeiten werden dann hier erklärt, wie man sie steigert, wie man sie kauft. Wieder hier der Hinweis auf das Bild. Das Bild ist wieder einmal Dark Heresy 1. Edition und auch wieder, das ist ein anderer Stil. Hier haben wir dann mal so ein paar Talente aufgeschlüsselt. Wie sieht das aus? Wie viele Charakterpunkte kostet diese Fertigkeit? Was ist dann die Voraussetzung? Muss ich dann irgendwie Scholar sein oder brauche ich das Schlüsselwort Chaos? Und wie wirkt sich das aus? Auch gerade, wenn ich dann Korn, Nurgle, Slamsha oder Zinsch anbiete. Ja, also, hier werden die Talente erklärt. Das ist natürlich wichtig. Das ist jetzt aber auch nichts, was ich dann in einer Rezension einzeln zeigen müsste, weil, ja, wenn ihr eben keinen Charakter baut, dann müsst ihr ganz spezifisch eben nachschlagen, was ihr braucht und was ihr kaufen wollt. Wer seinen Charakter dann noch ein bisschen mit Hintergrund ausschmücken will, der kann dann auch auf Tabellen würfeln. Wir haben dann auf der anderen Seite noch die Herkunftstabellen für Menschen und für Eldari. Ich habe jetzt hier nochmal diese Seite genommen, weil die eben so schön aussieht mit diesem zweiseitigen Bild. Man kann also das Ganze dem Zufall überlassen und einfach mit einem W6 würfeln oder man kann es sich, ja, auch schwierig machen und das dann selber ausschmücken. Das geht natürlich auch. Ist dann nur für den Fluff und inwiefern ich meinen Charakter dann spielen möchte oder auch nicht spielen möchte. Ja, dann wird nochmal der Kampf erklärt. Das wurde ja ganz am Anfang in Kapitel 2 bei den Regeln schon einmal kurz angerissen, aber auch hier werden nochmal alle Kampfregeln in einem dann besprochen. Wie läuft eine Kampfrunde ab? Wie bestimme ich dann den Hinterhalt? Wie beschreibe ich denn diese Szene? Wie kann meine Charaktere dann innerhalb meines Kampfes reagieren oder auch nicht reagieren? Wie kann man schießen? Wie kann man in den Nahkampf gehen? Und warum ist dieses Bild wieder in einem anderen Stil gehalten und wieder sehr comichaft? Das Ganze wird natürlich wieder mit vielen Beispielen versehen. Also wir haben dann den ganz normalen Ablauf einer Kampfrunde mit Zusatzschaben, mit Gesamtschaben berechnen und Ergebnisse des Zornwürfels bestimmen beziehungsweise überprüfen, ob meine Rüstung was absorbiert. Das wird hier alles wieder mit den Beispielen versehen. Alles Schritt für Schritt. Finde ich ziemlich gut, dass man sich dann hier die Zeit genommen hat und dann so eine Probe dann mal abzuarbeiten. Ja, wie gesagt, Nahkampfangriffe hatte ich schon gesagt, Interaktionsangriffe, irgendwelche Granaten, die ich dann werfen kann, in welche Richtung die dann explodieren oder inwiefern dann ein Misserfolg bei einem Fernkampfwürfel dann auch Auswirkungen hat und in welche Richtung dann ein Patron oder auch eine Granate fliegt. Das, was ich bei Warhammer 40k immer noch mit am lustigsten finde, sind dann die Tabellen für kritische Treffer. Da geht es dann so ein bisschen darum, reißt mir ein Arm ab, reißt mir der Kopf ab, verliere ich meine Gedärme oder sowas. Das klingt jetzt natürlich sehr grausam, aber die Welt von Warhammer 40k ist natürlich auch sehr rüde, möchte ich mal meinen. Und da war schon immer ein großer Spaß auf diese kritische Tabellen oder diese Trefferzonen dann zu würfeln, was dann mit meinem Charakter passiert. Das ist immer auch ein bisschen abhängig immer gewesen, ist das Laserschaden, ist das reißender Schaden, also werde ich gerade von einer Kettensäge dann zerfetzt oder ist das Plasmaschaden, also verdampfe ich einfach. Am Ende des Abenteuers bekomme ich sowieso immer eine Prothese mit einem neuen mechanischen Auge oder neues mechanisches Gliedmaß. Deswegen fand ich das nie so besonders schlimm, weil eben immer sowieso was Neues dann, weil ich sowieso mal was Neues dann bekommen habe. Was ich jetzt allerdings nicht so gerne mag, ist dann ein neuer W66. Das sind einfach zwei W6er, die ich würfel. Zwei verschiedene Farben. Die eine Farbe für die 10er Position und die andere für die 1er Position. Ich spreche hier nicht sehr gerne von 10er Position oder von einem dekadischen Würfel, denn es ist ganz explizit kein dekadischer Würfel, denn ich kann keine 7 würfeln und dementsprechend fehlt mir 7, 8, 9. Es ist schwierig. Ich finde, ein W66 ist sehr, sehr unschön, wenn ich nicht auch tatsächlich für alle 36 Möglichkeiten die gleiche Wahrscheinlichkeit habe. Also entweder ist die gleiche Wahrscheinlichkeit 1 oder ich kann mir halt auch, ich könnte auch ein W12 draus machen, beziehungsweise eine 2W6-Tabelle oder eine 3W6-Tabelle. Das würde alles funktionieren. Die Glockenkurve ist dabei natürlich nochmal ganz anders. Also auch wieder hier, die Mathematik von diesem Würfelsystem ist ein eigenes Video wert. Das werde ich jetzt nicht in diese Rezension packen, aber ich habe Mathematik studiert und ich finde die Mathematik von einem W66 ganz, ganz grausam. Vor allem, wenn man dann eben diese 36 Möglichkeiten runter bricht auf naja, wir haben hier, wenn du eine 1 würfelst, ist es sowieso automatisch ein Kopfschuss, egal was da ein anderer Würfel sagt. Wofür brauche ich dann den zweiten Würfel, wenn ich mit dem ersten Wurf sowieso schon bestimmt habe, dass es ein Kopfschuss ist? Ich finde die Tabelle an sich sehr lustig, aber den W66 zur Bestimmung sehr, sehr schwach. Ja, wir haben die ganzen Kampfregeln natürlich auch nochmal für Raumschiffe und für Fahrzeuge. Das muss natürlich rein, wenn ich mir dann mit meinem großen Schlachtenkreuzer mit anderen Schlachtenkreuzern noch ein Duell im Warp liefern will oder eben im Weltraum, dann muss das auch funktionieren und auch das wird dann hier natürlich abgebildet. Notreparaturen, gezielte Angriffe auf bestimmte Stellen, also auf die Brücke oder auf irgendwelche Versorgungsschächte, abruptes Wendemanöver, also auch wer das spielen möchte, auch dafür gibt es Tabletop-Systeme für, wer das spielen möchte, der kann das natürlich tun, ich weiß nur nicht genau in wie fern dann ein so großes Raumschiff von den Spielern kontrolliert werden kann, wenn sie nicht gerade Freihändler sind, der Freihändler kann natürlich sagen, wo das Raumschiff fliegen soll und ausweichen und schießen soll, aber alle anderen dürfen dann eigentlich nur zusehen, weil wenn dann Inquisito an Bord ist oder ein Space Marine, der wird dann eigentlich nicht wirklich viel zu sagen haben an Bord eines solchen Schiffes, sondern der darf dann zusehen, wie einer der Spieler dann sowas steuert. Das muss dann also zwangsläufig auf einer Meta-Ebene oder auf einer OT-Ebene ablaufen. Ja, es ist hier angeboten, ist es ganz nett, dass diese Regeln hier drin sind, sie tun auch nicht weh, aber zähle, wie ich eben auch Abenteuer spiele, da geht es dann um erzählte Zeit oder erlebte Zeit, also wenn ich eine Reise habe von mehreren Monaten, dann muss ich natürlich nicht mehrere Monate am Tisch sitzen und warten, sondern ich kann eine mehrere Monate lange Reise überspringen, all das wie dann Zeit im Rollenspiel erzählt wird, Begegnungszeit wird dann erzählt, es geht dann auch um Reisen, um Transportmöglichkeiten, und ja genau, tut eben das, was es tun muss. Wie sollte ich als Spielleiter dann eine Bedrohung konzipieren, wie viele Gegner stelle ich aufs Feld oder auch wie plane ich Ermittlungen dann in den Reihen von irgendwelchen Adligen, wenn da irgendwelche Heresie aufgeklärt werden muss, irgendwelche Ermittlungsarbeiten, wie kann ich sowas aufbauen, also auch das ist dann kein wirkliches Spielleiter Kapitel, sondern eben ein Wiesenabenteuer aufgebaut und was kann ich eben so tun. Ja, ein besonders beliebtes Kapitel für Spieler ist dann natürlich die Ausrüstung, welche tollen Knarren und Wummen und Schwerter kann ich meinem Helden in die Hand drücken, das ist natürlich ein Kapitel, was dem Spielleiter manchmal sauer aufstößt, inwiefern ich dann meinen Spielern Sachen verhindern kann, das wurde dann auch im vorherigen Kapitel schon angeteasert, denn es geht da auch unter anderem nicht darum, ob ich mir etwas leisten kann, sondern ob es auch überhaupt da ist, denn es ist Knappheit angesagt und wenn der Spieler auf eine bestimmte Ausrüstung keine Lust hat, dann kann er eben verbieten, dass sich dieser Spieler das organisiert, weil sie einfach gerade nicht da ist. Dieses Ausrüstungskapitel ist aber auch nicht schön zu rezensieren, weil das eben sehr viele Tabellen sind, das, also niemand will sich jetzt eine Tabelle in einer Rezension ansehen, aber seid gewarnt, diese Tabellen sind eben alle hier, besonders interessant für Spieler, die dann eben wissen wollen, wie man sich dann auf den Feind stößen kann. Neben den Fernkampfwaffen haben wir natürlich auch die Nahkampfwaffen, wir haben Rüstungen und wir haben auch so was wie kleine Artefakte, wenn ich die dann brauche, wir haben auch so was wie Drogen, Drogen sind auch ganz beliebtes Thema in 40k und all die werden teilweise auch mit Bildern abgedruckt, teilweise auch nicht, ja, also wer da nochmal reingucken möchte, der ist dazu gerne herzlich eingeladen, sich dann dieses Buch zu kaufen und dann selber durchzublättern, aber in der Rezension werde ich den Rest jetzt überspringen. Wir können uns ja auch noch Fahrzeuge kaufen, eine Velcure, also einen Gleiter, der dann mit Piloten ausgestattet wird, das ist auch ganz nett, dass dann auch drinsteht, wie die Besatzung dann zusammengestellt ist, wir haben einen Piloten, einen Navigator, da haben wir zwei Schützen eventuell und wie viele passen denn in eine Velcure rein, passen da zwölf Leute rein, passen da fünf Leute rein oder 20 Wir haben Org Fahrzeuge, wir haben Eldari Fahrzeuge, wer da also auch noch ein Fahrzeug kaufen will, der kann dann auch das noch einmal kaufen, wie gesagt Ausrüstungsband, ich habe das jetzt hier wegen dem Bild nochmal gezeigt, aber auch das gehört eben auch mit dazu, darf hier nicht vergessen werden. Weiter geht es dann mit den Psi Kräften, das war in der Vergangenheit auch schon immer ein ganz eigenes Thema bei 40k die Magie, wie sie wirkt und was für krasse Sachen da dann entstehen, wenn man sich auf diesen Tauschhandel einlässt, ist natürlich dann auch nicht nur für die Menschen wichtig, sondern auch für die Eldari, die haben ja ihre Runen Propheten, die da ganz besonders gut zaubern können und auch die Orks haben sowas wie Schamanen, also auch wieder speziell auch damals war schon, dass man mit einem W100 auf die Tabellen gewürfelt hat und dann einige Modifikatoren auf den Wurf aufgeschlagen hat, also wenn man dann eine 50 gewürfelt hat und man steht gerade irgendwie in einem Warp Driss drin, dann kann diese 50 noch mit plus 20 plus 30 oder sogar plus 50 summiert werden sodass man dann eben auch auf Werte schlägst dann wieder 20 Punkte drauf es kann also sein dass du dann auch eine 80 oder eine 90 Würfel je nachdem wie groß dann die Warp Anomalie ist die dich dann hiermit beschäftigt und dann kann es auch sein dass du von diesen Kräften zerrissen wirst das ist wieder mit dabei wieder eine Menge an Tabellen und auch die Erklärung dafür was ich dann alles kaufen möchte je nachdem in welcher Disziplin ich unterwegs bin bin ich ein Pyromant also zünde ich ganz gerne Dinge an oder bin ich ein Telepath möchte ich irgendwie Biomantie betreiben sprich ich kann dann irgendwelche Gliedmaßen wieder anzaubern oder irgendwie Lebenskraft raubern das ist eben ganz unabhängig davon was ich hier gerade machen möchte welche Art der Magie ich dann benutzen möchte ja und da kann man sich dann eben als Spieler vor allem als Magier kann man sich dann da schöne Dinge aussuchen aber Tabellen oder auch die Erklärung zu diesen Fähigkeiten muss ich euch hier wieder nicht zeigen weiter geht es dann mit den Versuchungen des Warp wie hat das dann wieder nicht funktioniert ich hab dann irgendwie aus Versehen mal wieder ein Dämon beschworen und die ganze Gruppe gewiped das Bild ist cool wenn ihr euch das mal anguckt wie viele Finger er hat beziehungsweise er nicht hat ich liebe diese Mutation wir können uns auch die nächste Seite angucken da geht es dann auch um die Metastasen da könnt ihr euch die Skevy Mutation ansehen wer da irgendwie gerne ein Koloss sein möchte oder Hörner Stacheln haben möchte das ist wie gesagt dann schon krass heretisch wer da so rumläuft und dann einen Skevy so in seine Gruppe integriert obwohl er dann irgendwie naja zusätzlich Extremitäten hat es gibt einige Mutation die werden geduldet im Imperium das sind normalerweise die Orgrin und auch die Psyonica die sind rein regeltechnisch eigentlich auch eine Mutation in der Genstruktur aber abseits dessen werden kaum Mutanten geduldet also ich weiß wie gesagt nicht wie man solche Leute integrieren kann es gibt weiter vorne dann auch Regeln zur Erschaffung von Chaos Kulturisten wenn man dann also so eine böse Runde spielen will kann man das sicherlich gerne aufstellen ich weiß nicht wie das dann lustig ist das war früher bei der Black Crusade war das auch möglich aber ja es ist halt sehr speziell und man muss da Bock zu haben ich glaube nicht dass diese Sachen in das Grundregelwerk gehören kann ich dann später in der Bewertung nochmal was zu sagen ja es gibt wieder ein obligatorisches Spielleiter Kapitel es gab ja vorher schon mal das Abenteuer Kapitel und hier geht es dann auch noch mal darum wie kann ein Spielleiter dann diese Welt Kapitel was ich meistens überblättere weil ich meine Informationen die ich brauche schon habe und da wenig neues rausziehen kann also ich habe jetzt fünf Spielleiter Kapitel gelesen in fünf verschiedenen Grundregelwerken und ich muss sagen irgendwann lernt man da auch nichts mehr Neues dazu weil naja das ist eigentlich auch sehr viel Steuerung C Steuerung es geht dann auch um die Gefahren wie kündigt man so was an sollte man den Tod und auch Konsequenzen irgendwie noch ausspielen wie erschaffe ich Spielercharaktere wie erschaffe ich Nichtspieler Charaktere wie baue ich diese Kampagne auf wie erschaffe ich eben auch wichtige NSCs die dann im Gedächtnis bleiben und wie gebe ich dir eine Persönlichkeit also all das was ihr dann eben hier braucht werdet ihr drin finden gerade für neue Spielleiter unbedingt dass jetzt eine ganze Menge aus der Tabletop Welt hier nachrücken gerade mit diesem System und da würde ich mich sehr freuen wenn wir dann da die in unserer Community begrüßen dürfen weiter geht es mit einem Bestiarium das ist ja immer eigentlich die Möglichkeit schöne hübsche Bilder zu kann darf soll oder muss und ja Bestiarium Bilder gucken hier haben wir beispielsweise mal einen Mutanten wir haben dann verschiedenste Chaos Kultisten auch im Vorfeld schon gehabt also irgendwelche die vom Adeptus Mechanicus dann falsche KI oder sowas in die Hände bekommen haben oder eine falsche Software bekommen haben so dass sie infiziert haben aber wenn ihr euch diesen Mutanten mal anguckt mit Augen auf seinem Arm ich bin mir nicht ganz sicher ob die funktionieren er hat auch irgendwie noch ein neues Cyber Auge bekommen aber wenn dann so ein Ding ankommt will man erst schießen und später dann die Fragen stellen dann haben wir weiter noch ein Rudel von Chaos Kultisten die sind auch ziemlich cool gezeichnet muss ich nicht ob das Bolt ist das wird wahrscheinlich keine Bolt Pistole sein die er hat aber die werden schon in der Masse ziemlich große Löcher reißen was ich eben auch ganz interessant finde ist dass gerade wenn man später Space Marine spielt oder auf einem sehr höheren Schwierigkeitsgrad ist dann werden diese vielen kleinen Moogs zu Gruppen gruppiert und dann kann man Streufeuer reinschießen und dann handelt nicht Variation bei Warhammer 40k wenn man dann nicht gegen einen Kultisten oder zwei Kultisten sondern gegen 20 oder 30 Kultisten kämpft sehen man eine Möglichkeit ja was nicht fehlen darf sind dann auch noch ein paar Slanish Bilder natürlich hilft das bei YouTube besonders gut wenn man sowas zeigen kann ja Slanish der Gott von den älter ihr könnt dann auch hier sehen das sind dann wohl ehemals älter gewesen irgendwie merkwürdige Viecher die jetzt durch den Dämon an sich dann pervertiert sind ob die dann noch ein Geschlecht haben man weiß es nicht die haben zumindest Brüste ist zumindest dann ein perverser Gott mit allerlei Abartigkeiten nicht meine Lieblings Gottheit das wäre dann Nörgel Papa Nörgel aber ja Slanish darf natürlich auch bedient werden und da zeige ich euch einfach mal die Bilder dazu ja und ich muss euch leider sagen dass mit diesem letzten Bild das Buch endet es gibt dann noch so ein bisschen den Index der darf natürlich auch nicht fehlen und damit beendet das Grundregelwerk an dieser Stelle und wir gehen quasi in eine Bewertung klappen das Buch zu ja kommen wir zu Zeichnung und Layout ich mich stört sind die Bilder das habe ich jetzt durch die Bank weg kritisiert ich habe auch immer mal wieder darauf hingewiesen was mich hier daran stört das kann für euch natürlich weniger Impact haben aber wenn ich diesen Punkt schon bewerte dann gehe ich da eben noch auf ein und dann gebe ich da auch einfach einen Punktabzug sind in dem Fall nur 1,5 Punkte stört mich schon aber nicht darauf geachtet hat Redaktion und Struktur ich gebe hier 3 von 5 Punkten mit der redaktionellen Arbeit ich weiß nicht ok es sind halt viele viele Seiten mir sind einige Rechtschreibfehler aufgefallen mir sind eben auch dann gerade bei dem Beispiel wo dann die Regeln erklärt werden sollten es war ein Rechenfehler drin es darf einfach nicht passieren also gerade wenn man die Regeln erklären will in einem großen Beispiel für Neulinge und dann aufschlüsseln will wie das ganze System funktioniert und dann macht man da einen Fehler das geht nicht von daher bin ich da überhaupt nicht so mit zufrieden und auch mit der Struktur ihr habt gesehen einige Tabellen wurden doppelt abgedruckt obwohl sie eben schon 20 Seiten vorher schon drin waren ja was machen wir mit dem Platz für die Tabelle von 20 Seiten davor drucken wir einfach vorne nochmal rein dann wird das Buch auch voll also ich finde das geht nicht da ziehe ich auch nochmal einen Punkt ab ansonsten ich meine das Buch macht kapiteltechnisch nicht viel anders als die anderen Bücher als die anderen Grundregelwerke da ist diese obergeordnete Struktur schon mit drin ich finde also die Tendenz mit den drei Punkten das geht schon irgendwie weiter nach unten also ich würde da schon eher 2,5 Punkte geben aber in dem Fall bleibe ich mal bei den drei Punkten denn es schadet dem Buch dass viel Fluff fehlt klar jetzt haben wir das Buch einmal durchgelesen jetzt können wir wieder ganz nach vorne springen was ich leuchten leuchten könnte ich hoffe da kommt noch ein bisschen was in regional werken die dann nach geliefert werden die müssen sein wenn man dieses Buch alleine hat dann wird das nicht reichen zumindest nicht für eine lange Kampagne da muss was nachgekauft werden da muss was nachproduziert werden ich finde es fehlen weitere Xenos die müssen nicht in dieses Grundregelwerk rein aber die 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 jetzt hier schon drin sind die kann man so auch nicht spielen zumindest nicht langfristig das reicht dann immer für ein One-Shot vielleicht wird dann in einem Abenteuer noch mal ein bisschen was dazu erklärt die Abenteuer müssen wir noch mal gesondert betrachten inwiefern die Sinn machen oder nicht das sind so Setting ganz generell zumindest das 41. Jahrtausend das 42. Jahrtausend so wie es dann jetzt hier mit dem 13. Kreuzzug von Abaddon losgeht ich weiß noch nicht was ich davon halten soll ich finde es nicht gut das führt allerdings nicht zu vielen Punktabzügen denn das ist jetzt nichts was ich dem Buch anlasten kann sondern das ist irgendwas was ich Games Workshop anlasten kann die neue Miniaturen verkaufen wollen größere Miniaturen verkaufen wollen oder die dann auch den Tabletop ermöglichen dass man Orks Söldner und Menschen miteinander benutzen kann oder auch Eldaris wie gesagt der neue Metaplot mit Tachikatrix Maledictum ist ein gesondertes Video wird dann nochmal irgendwas zu kommen sicherlich ansonsten schaut euch auch oder hört euch auch die Podcasts dazu an die ich mit Saichiroa in der Vergangenheit aufgenommen habe da ist jetzt vor kurzem noch ein Inquisitoren Podcast gekommen und zu dem System muss ich sagen ich bin sehr großer Fan von dem Basic Roleplay System gewesen beziehungsweise immer noch mit dem W100 mit den neuen W6 es ist natürlich angepasst an Tabletop und das macht ganz großen Sinn und sicherlich sehr viel Spaß wenn man Tabletop beziehungsweise wenn man eben von der Einrichtung kommt und zu der anderen Richtung will wenn man also mit Miniaturen spielt dann wird dieses Spiel richtig geilen Spaß machen also baut euch da im Keller so eine kleine Papp Miniaturen Fabrik auf und zieht dann da rum und erlebt eure Abenteuer das wird richtig viel Bock machen wenn man ohne Tabletop spielen sollte ohne Miniaturen ohne Karte auf dem Tisch dann wird es glaube ich nicht das werden wie ich es mir vorstelle ich mag meine Welt wie gesagt sehr dreckig nicht bei Warhammer aber ich kann mich damit wohl irgendwie anfreunden es ist jetzt einfach was anderes 3,5 Punkte für System und Setting Bonus Punkte ich gebe hier 4 von 5 Punkten damit landen wir insgesamt bei 14 ich möchte das Buch irgendwie mögen ich habe aber auch ein bisschen meine Probleme damit es macht viel richtig es macht ein paar Sachen falsch ich gebe ganz generell dann um auf die 14 von 20 Punkten zu kommen gebe ich dann eben die 4 Punkte im Bonus und damit ist diese Rezension beendet ich bin sehr gespannt ich habe schon mal in die Abenteuer reingeguckt und auch die sind sehr kritikwürdig werde ich jetzt allerdings auch wieder hier in diesem Buch werde ich allerdings auch nicht jetzt hier in dieser Rezension drauf eingehen sondern in den Abenteuer Büchern zu der Mathematik könnte ich Videos rund um Wrath and Glory wenn ihr dazu Bock habt ich bin gespannt ich bin nicht ganz damit zufrieden was Games Workshop da macht das hat wie denn mit Ulysses überhaupt nichts zu tun aber Games Workshop verkauft er gerade so ein bisschen seine Seele habe ich war ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen ich hoffe es hat euch gefallen gebt einen Daumen hoch wenn ihr das ganze gemocht habt schreibt mir sonst auch einen Kommentar wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt ich